Gitarre spielen und dazu noch singen. Ein Traum für viele, aber es muss kein Traum bleiben. Wir haben da das sogenannte, wie wir es nennen, Easy Go im Prinzip entwickelt und es ist wirklich eigentlich ganz einfach zum Gitarre spielen singen zu können. Bei uns gibt es keine Verträge oder irgendwas in der Art, deswegen schaut doch einfach mal rein auf www.lf-music-institute .com